Was geht ab meine lieben Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen WWE Gold Guide. Mein Name ist Zeltas oder einfach nur Marc und das heutige Video ist mein kleiner Gold Guide Quickie für zwischendurch, da ich das Wochenende leider nicht so viel Zeit habe. Aber trotzdem ist dieser Goldtipp nicht irgendwie schlechter als die anderen. Ich würde sogar das Gegenteil behaupten und sagen, dass er vielleicht noch ein kleiner Geheimtipp ist. Und zwar schauen wir uns dieses Mal die Händler NPCs in Beutebucht im südlichen Schlingdorntal an. Diese verkaufen nämlich von der Stückzahl her begrenzte Rezepte, Rüstungen und Waffen, die teilweise für echt noch eine Menge Gold im Aha weggehen und das mit einer recht akzeptablen Verkaufsrate. Ich würde euch aber direkt dazu sagen, durch diesen Tipp heute alleine werdet ihr wahrscheinlich keine vermögenden Millionäre, aber vor allem für Anfänger, aber auch teilweise für die hartgesottenen Goblins unter euch, ist das Ganze vielleicht noch eine ganz gute Möglichkeit, ohne viel Aufwand ein paar tausend Gold dazu zu verdienen. Zuallererst wollt ihr auf jeden Fall mal in die alte Hafenbehörde reinschauen. Das ist ein ziemlich großes Gebäude im Norden von Beutebucht, in dem eine Menge interessante NPC-Händler beisammenstehen. Zuallererst werdet ihr Narg ansprechen wollen, ein Goblin, der Piratenbedarf verkauft. Bei ihm wollt ihr euch einerseits mit den Papageienkäfigen eindecken und falls ihr Glück habt, dann könnt ihr sogar das begrenzt verkaufbare Muster schwarzes Schwadroneurshemd ergattern. Dieses verkauft sich gut und gerne mal für über 1000 Gold pro Stück. Als nächstes wollt ihr einmal mit Zarena Stahlwind sprechen. Diese nette Waffenschmiedin verkauft euch unter anderem mit Glück die Pläne Mondstahlbreitschwert. Diese gehen gerne mal für bis zu 1-2k Gold im Aha über die Theke. Manchmal, wenn sie nicht gerade von irgendwelchen Goldmeckern gekämmt wird, kann Zarena auch den Stab des Schutzes und den großen Stecken verkaufen. Beide gehen für ca. 10.000 Gold weg. Die sind aber auch wirklich so selten da, dass es echt fast schon an Glücksspiel grenzt. Direkt nebenan redet ihr mit Kids Stumpfschlag, ein Streitkolbenmacher. Dieser verkauft euch den schweren Stachelkolben und den Eisenholzschlägel, zwei Zweihandstreitkolben, die sich auch für um die 1,5 bis 2k Gold verkaufen lassen. Außerdem solltet ihr noch mit Koch Kersi Jans reden, oder Jans, keine Ahnung wie man den Kerl ausspricht. Dieser verkauft eine Menge Classic Kochrezepte, die sich jeweils meistens für zwischen 300 und 500 Gold pro Stück verkaufen lassen und zu meiner Überraschung auch mit einer echt hohen Verkaufsrate. Als nächstes wollt ihr euch zum tapferen Schneiderlein begeben. Ein Haus, in dem der Schneiderbedarfs-NPC Xitzk Gutstich steht. Dieser verkauft euch zwei sehr interessante Muster. Einmal das Muster Verzauberer-Google, das sich für knapp 1k Gold verkaufen lässt, und das Muster purpurroter Seidenumhang mit einem Verkaufspreis von knapp 1,5k Gold. Auch diese sind von der Stückzahl her begrenzt, also kann es sein, dass ihr sie vielleicht nicht beim ersten Versuch direkt ergattern könnt. Fast direkt nebenan findet ihr einen Laden namens Gerberei und Lederarbeiten. Dort drinnen steht ein Goblin namens Blixretz Gutstich, der euch Lederverarbeitungsbedarf verkauft. Darunter sind wiederum zwei begrenzt erhältliche Rezepte, die für uns sehr interessant sind. Einmal das Muster Mörlock Schuppenarmschien und das Muster Dicke Mörlock Rüstung. Beide Rezepte lassen sich für ein etwa 1,5k Gold jeweils im Maha verkaufen. Als nächstes wollt ihr mit der orkischen Klingenhändlerin Yutak reden. Dieser NPC steht dieses Mal nicht in einem Häuschen drin, sondern befindet sich in der Nähe des Eingangs zum Gasthaus in Beutebucht. Yutak verkauft euch mit ein wenig Glück einmal den Langdeuch der Tollkühnheit, ein Deuch der für um die 3k Gold weggeht, und außerdem die Pläne gehärtetes Eisenkurzschwert. Diese haben einen Verkaufspreis von um die 500 Gold. Seid ihr mit der Klingenhändlerin fertig, wollt ihr euch als nächstes in den Alchemieladen Bouchers Kessel begeben. Dort drinnen steht ein Goblin namens Glicks Gutbräu. Er verkauft euch im Bestfall zwei Rezepte. Einmal das Rezept Frostschutztrank und das Rezept Naturschutztrank. Beide gehen für in etwa 1k Gold pro Stück im Aha weg. Erwähnenswert ist allerdings, dass das wohl die Rezepte sind, die sich mit am langsamsten verkaufen lassen. Also ist es auch okay, wenn ihr nicht immer bei Glicks vorbeischaut, um euch die Rezepte zu holen. Der nächste NPC-Händler, den ihr ansteuern wollt, ist ein Goblin namens Rickquiz. Dieser ist ein Lederverarbeitungsbedarf-Händler, der euch wohl die zwei interessantesten Rezepte eurer Einkaufsrunde verkauft. Einmal das Muster Edelstein besetzter Plattengürtel, welches einen Haarpreis von in etwa 1,2k Gold hat. Und das Muster Schattenhaut-Handschuhe mit einem Wert von ca. 1,3k Gold. Meiner Meinung nach gehen diese Rezepte am schnellsten weg, zumindest auf meinem Server. Kann sein, dass es bei euch anders läuft, darum nagelt mich jetzt nicht unbedingt darauf fest. Die letzte Anlaufstation und mein persönliches Highlight unserer Runde ist der Laden Platte und Kette. In diesem steht ein Zwerg namens Fargon Mortalak, by the way ein echt ziemlich cooler Name, welcher ein überragender Rüstungsschmied ist. Dieser verkauft euch, und dieses Mal mit wirklich viel Glück, den schweren gekerbten Gürtel. Dieser hat einen Wert, jetzt haltet euch fest, von fast 15.000 bis 20.000 Gold pro Stück. Ich verarsche euch nicht. Und das ist nur der mittlere Preis. Auf meinem Server geht der Gürtel teilweise für bis zu 50k Gold weg. Man muss dazu sagen, aufgrund des Preises wird der NPC auch so hart gekämmt, dass ihr wirklich Glück haben müsst, um den zu bekommen. Aber wenn, dann könnt ihr davon ausgehen, dass ihr gerade ein paar tausend Gold gemacht habt. Wie ihr gesehen habt, gibt es in Beutebucht echt viel zu holen als Goldmaker. Die Rezepte, Rüstungen und Waffen gehen teilweise für wirklich eine Menge Gold weg und das zu einer guten Verkaufsrate. Bevor aber jetzt vielleicht die Frage aufkommt, warum und ob überhaupt jemand diese Items im AHA kauft, möchte ich euch die Antwort darauf schon mal vorwegnehmen. Es gibt im Prinzip zwei, ich nenne es mal realistische Gründe, warum sich diese Items verkaufen. Einerseits die Faulheit der Spieler. Viele Leute wollen ihre Berufe skillen, wollen so viele Muster und Rezepte haben wie möglich, aber am besten vom eigenen Auktionshaus aus. Und genau da kommt ihr ins Spiel. Ihr nutzt diese Faulheit der Leute aus und gebt ihnen das, was sie wollen. Wie im Prinzip bei vielen anderen Items, die ihr im AHA anbietet. Der andere Grund ist ein Faktor, der früher vielleicht eher nebensächlich war, aber aufgrund der letzteren Entwicklung doch immer mehr in den Vordergrund gerückt ist. Und zwar das Add-On All the Things. Was das macht? Im Prinzip listet dieses Add-On euren Progress in World of Warcraft auf und addiert diesen zu einer endgültigen Prozentzahl zusammen. Darunter fallen Sachen wie Erfolge und PvE-Fortschritt, aber auch Items und Transmog, Rezepte und Berufe. So wie der Add-On Name schon sagt. Einfach alle Sachen. Dazu kommt, dass dieses Add-On immer mehr von großen Streamern gepusht wird. Bei Assman Gold zum Beispiel, einer der größten WoW-Streamer der Welt, drehen sich teilweise ganze Streams darum, diesen Fortschritt immer weiter zu pushen. Und dementsprechend ist dieses Add-On jetzt auch bei der großen Masse angekommen. Was im Endeffekt uns als Gold-Makern natürlich nur zugute kommt, da dadurch alter Content und alte Items wieder interessant für die Spielerschaft werden. Und das heißt im Endeffekt mehr Umsatz für uns und Gold in unseren Taschen. Gut, ich glaube aber das war's erstmal. Haut mir mal bitte in die Kommentare, wie ihr dann so diese Idee mit den Händler-Items findet und ob euch vielleicht noch ein paar besondere einfallen. Ich muss sagen, mir hat sogar echt Spaß gemacht das Video zu machen und so interessante NPCs zu suchen. Wenn ihr also Bock habt, würde ich sowas in der Art auch mal öfters bringen. Für die neuen Zuschauer unter euch, ich würde mich echt freuen, wenn ihr ein Abo dalassen würdet. Ihr dürft auch sehr gerne das Video bewerten, folgt mir auch auf Social Media, vor allem auf twitch.tv slash zeltasgaming für Livestreams und joint meiner WoW-Community, Links für das alles, wie immer, unten in der Videobeschreibung. Aber am allerwichtigsten Leute, wieder vielen Dank fürs Zusehen und noch viel Spaß beim Gold machen. Tschüss und haut rein! honour, voll rein! Untertitelung des ZDF, 2020